willkommen ihr lieben zu einer weiteren folge clash of friends mit mir dem torsten ja ich hatte gestern schon in meinem auf den community tab angedroht dass es heute noch was neues gibt also erster juni oder überhaupt der monat juni steht ganz im zeichen mal so sage ich habe ich eigentlich genannt im zeichen des kobolds und es gibt natürlich ein bisschen was was ihr gestern schon geahnt habt oder vielleicht auch schon gesehen oder gekannt habt aber uns ist mal wieder nettes material zur verfügung gestellt worden ich kann es euch leider immer noch nicht in game irgendwo zeigen aber ich hoffe dass es nicht ganz so schlimm deswegen schalten wir mal wieder auf mein heiligtum und heiligtum nennen ich nenne das immer so das ist mein desktop das ist mein desktop und aber die kamera lasse ich lasse ich da und der uhr stört mich jetzt auch nicht aber was gibt es eigentlich es gibt eine kobold königin es gibt ein kobold wächter also jeweils die skins davon die meinte ich jetzt eigentlich es gibt die vorschau auf die bücher der kobold königin von clash herausforderung okay erstellt von galadon alles klar gucken wir uns auf jeden fall an ladebildschirm okay das habt ihr wahrscheinlich schon mitbekommen die ladebildschirme ändern sich auch noch mal 1 juni und dann gibt es ab 2 juni bis 7 juni glaube ich in anderen und dann gibt es am 8 ab 8 juni wieder den von davor genug verwirrung also es wird auf jeden fall zwei verschiedene ladebildschirme im monat juni geben da lasst euch nicht beirren ihr habt immer die richtige version es gibt eine statue und es gibt eine neue szenerie am zweiten kommt kommt dann noch die bücher der kampfe szenerie und clash bücher ladebildschirme ich weiß gar nicht was mit den clash büchern auf sich hat aber so ein bisschen kann ich mir schon vorstellen aber wir gehen mal rein ins geschehen hier und ich würde sagen der reihe nach um challenge es gibt natürlich auch eine neue es gibt zwei challenges das habt ihr gestern schon im kalender gesehen einmal die kobold queen herausforderung und kobold wächter herausforderung also jeweils in dem monat juni ich nehme mal an das geht im juli dann mit dem king und mit der gladiatorin weiter und jetzt muss ja mal gerade gucken rewards zack 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 ich würde mal sagen wir fangen mal an mit der neuen statu wir fangen mal an mit der neuen statu die ist nämlich wirklich wirklich schick denn die hat eine kleine animation wenn man sie denn nimmt und beziehungsweise nicht nicht wenn man sie nimmt sondern wenn man sie aktiviert also draufklickt dann wird die farbig finde ich sehr sehr schön dass sie sein übrigens im hintergrund habe ich noch gar nicht gesehen habe ich noch gar nicht gesehen aber wie gesagt wenn sie aktiviert wird dann wird sie farbig finde ich cool animiert muss ich sagen und mal sehen es wird einiges im shop geben das werdet ihr sehen und es wird einiges glaube ich auch im pass geben was ist in jedem fall im pass geben wird ist die königin skin geschichte da ja ich zeige euch am besten einfach den monats pass für juni da sehen wir das nämlich ich meine wir sehen es jetzt auch wenn wir heute ins spiel reingehen ich weiß es selber deswegen mache ich diese aufnahmen ja eigentlich nie so gerne also goblin queen bekommen wir als skin direkt im gold pass zwei lot von mir haben ja den gold pass am montag bekommen mal sehen ob ich nicht noch zwei mitte des monats noch aus baller so dass sie vielleicht noch den gold pass wenn falls sie noch nicht habt oder unentschlossen seit ruhig am ich sag mal den kannst du am letzten tag des monats nehmen und du bekommst alle die worts aus den oberen aus den oberen sachen hast natürlich ein bisschen vor schwierigkeiten dann die perks also die vorteile wirklich dann noch rein zu fahren denn so auf einem tag 25 millionen das kann man natürlich schaffen keine frage womit na klar mit kobolden und aber ich finde schon ich meine es ist ein ganz normaler pass ist es nichts was mich jetzt so vom hocker haut muss ich sagen aber lieber ein pass als dass es gar nichts gibt und ich bin nach wie vor der meinung der gold pass lohnt sich auch für die leute die schon vermeintlich max sind ihn gar nicht mehr gebrauchen vieles kannst du davon immer gebrauchen die verschnellbesserung die kürzere truppenbauzeit die geringeren kosten ja also wenn man jetzt dann doch noch irgendwo was zu tun hat auch im nachtdorf und es gibt ein buch des bauns am ende finde ich sehr gut und es gibt dann die statue books of clash auch hier am ende im silber pass okay es lohnt sich also den silber pass mal wieder durchzuspielen ich wenn ich nicht so viele accounts hätte würde ich sogar machen würde ich sogar machen und das was wir jetzt hier eigentlich sehen das kann ich euch jetzt ein bisschen animierter zeigen das ist nämlich die szenerie clasherama lässt grüßen würde ich sagen clasherama lässt grüßen und jetzt muss ich mal gerade schauen wo das eigentlich war da ist dass die szenerie leute also die szenerie ist der hammer tut mir leid clasherama um das dorf hier gezeichnet und gebaut und selbst die ränder nicht nicht mehr ganz gerade ja sondern so ein bisschen damit mit den steinen und mit dem sand bzw mit 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 dem grün finde ich richtig richtig gut allerdings haben die entwickler auch ein bisschen waren irgend an einer stelle waren sie mal wieder ein bisschen faul ihr seht das da unten das schiff das luftschiff und die schmiede sind irgendwie so im default design die sind im default design geblieben könnte mir gerne in die kommentare schreiben ob die da noch einpassen oder nicht aber ich finde die szenerie einfach cool ich meine ich mag clasherama sowieso die comic verfilmung von clash of clans und von daher ich habe ja auch noch ich habe ich habe ich habe ja auch noch ein kumpel er spielt da ja auch manchmal mit ne und also finde ich finde ich wirklich super super gelungen die neue szenerie ich glaube die wird aber zu kaufen sein ja die wird zu kaufen sein und was haben wir denn eigentlich noch wir haben natürlich eine neue challenge eine neue challenge also das ist aber erst mal nur die challenge die ich euch zeigen kann von das müsste die queen sein goblin queen challenge ja das ist gekommen die war ja auch schon angekündigt gestern im ingame also hat man ja unten schon sehen können in den bevorstehenden ereignissen und ob die sinn macht oder nicht weiß ich nicht da oben mit den kampf zaubern und mit den unsichtbarkeit zaubern ums rathaus herum die werden ja alle auf einmal aktiv irgendwo ja ich glaube die gilt es als erstes auszuschalten irgendwo vier scatter und ein adler nein zwei adler ok und ein paar luftabwehren das sind fünf stück zähle ich da gerade also ich zähle ich zähle jetzt mal gerade so das was ich im im bild sehe ihr könnt das natürlich jetzt schon ingame schauen ist mir aber eigentlich nicht so schlimm ich wollte es letztendlich trotzdem immer mal ganz gerne angesprochen haben dass es etwas cooles gibt und das noch etwas cooles kommt keine frage das haben wir gehabt das haben wir auch gehabt ja das was ich dann eigentlich immer sehr sehr gerne nutze von den von den sachen die uns supercell zur verfügung stellt zum beispiel die animation der goblin königin ich schneide mir die meistens so ein bisschen hin und nehme das als anfang wenn meine stream starten mache ich ganz gerne lasse ich in dauerschleife laufen allerdings ist das hier jetzt auch schon wieder ein bisschen groß ich muss ein kleiner machen sonst dauert das endlos bis das dann mal geladen hat aber ich nehme das eigentlich immer ganz gerne um so ein bisschen meine streams ich nenne zwar so clash of clans mäßig leicht zu hinterlegen oder zu animieren wir haben einen schönen loading stream dem da muss jetzt mal gucken der ist weit stream oder ganz weit okay das ist auch klische rama ist das schön schön gezeichnet das bild ja mag ich auf jeden fall mag ich du coole brille kollege mag ich in jedem fall und okay das ist der weit stream so und hat natürlich das der loading screen und es gibt aber noch ein anderes bildchen was ich euch zeigen wollte jetzt muss ich mal schauen das ist halt das ist die challenge gewesen ein zurück es gibt es gibt kein zurück mehr okay aber es gibt noch ein goblin worden dort gibt es noch keine animation sondern im moment nur ein bild oder mehrere bilder eins habt ihr jetzt auch schon bei mir im thumbnail gesehen also der sieht ein bisschen merkwürdig aus finde ich aber bin ich bin ich mal gespannt wie der mit der flitsche und der und der kanonenkugel oder halt ja der munition dort im spiel handelt aber es gab jetzt bis zum heutigen zeitpunkt von supercell dort keine animation und ich glaube auch nicht dass es die jetzt schon gibt es sei denn es ist ein kaufskin es ist ja ein kaufskin also wird auch eine animation wohl im shop geben also ihr werdet es auf jeden fall dort dann sehen ich mache euch das mal wieder weg dass wir mal wieder ein bisschen clash of clans hier machen ja eigentlich mache ich solche folgen nicht ganz so gerne mit dem zur verfügung gestellten material aber es kommt ja auf jeden fall etwas was jetzt noch nicht so da ist sondern jetzt erst im laufe des junis kommt und ich bin da ganz gespannt ich meine jetzt im juni am ende ende juni fangen in nordrhein-westfalen schon die ferien an am 22 soweit ich weiß und wir gehen jetzt also schon in die etwas wärmere monate ich merke dass hier oben unter dem dach mittlerweile auch vor allen dingen dann abends in den streams wenn es sich den ganzen tag schön aufgeheizt hat aber mal sehen wie war ich sage ich nenne es mal so durch den sommer kommen ich freue mich auf jeden fall auf einen coolen juni ich hoffe ihr auch wenn ja dann lasst mir einfach für das video vielleicht ein like da abonnieren nicht vergessen und am kanal dranbleiben also auf twitch.tv dort könnt ihr mich natürlich ausquetschen wenn es um clash of clans geht wenn es darum geht gewisse sachen auch für mich zu bewerten wo ihr dann meine meinung nicht nur in einem steifen video mitbekommt sondern ganz lessons fair abends easy peasy im live scene bis dahin danke für eure aufmerksamkeit Leute bis dahin euer toto clasht bis dahin